Moin Moin und herzlich willkommen bei Pull&Plazier. Heute machen wir mal zusammen leckere American Pancakes mit flambierten Bananen. Wenn ihr Lust darauf habt, dann bleibt dran. Bis gleich. Für den Teig brauchen wir Weizenmehl, Typ 405 oder 550. Einen Esslöffel Zucker. Das Rezept findet ihr auch unten in der Infobox noch mal verlinkt. Dann einen Esslöffel Vanillezucker. Ich habe hier selbst gemacht genommen. Ihr könnt natürlich ein Päckchen nehmen. Ein halbes Päckchen Backpulver und eine Prise Salz. Das waren auch schon die trockenen Zutaten. Die vermischen wir jetzt gut mit dem Schneebesen. Wenn ich einen Crepe-Teig mache, zum Beispiel, ist das genauso. Dann vermische ich immer erst alle trockenen Zutaten und dann kommt die Flüssigkeit dazu. So, jetzt zuerst die Milch dazu und dann mit dem Schneebesen schnell verrühren. So kriege ich in der Regel eine klumpenfreie Masse hin. Wenn ich die Eier am Anfang direkt mit dazu mache, habe ich meistens Klümpchen drin, die ich nicht mehr rauskriege. Schön schnell rühren, dann gehen die Klumpen auch raus. So, jetzt kommen noch zwei Eier dazu. Auch das nochmal gut verrühren. Und das ist im Prinzip auch schon der Pancake-Teig. Mehr ist es nicht. Ihr könnt den Teig jetzt sofort verarbeiten. Ich lasse ihn manchmal ganz gerne noch eine halbe Stimme stehen. Dann kann er ein bisschen ... dann zieht er noch ein bisschen durch und ist es ein bisschen besser zu verarbeiten. So, jetzt brate ich sie mit Butter. Nicht zu heiß machen die Pfanne. Das ist wichtig, sonst verbrennt euch die Butter. Und natürlich auch die Pancakes. Ich benutze hier so einen Eisportionärer. Das ist ganz praktisch. Wenn man sowas hat, dann werden die immer schön gleich groß. Aber geht natürlich auch ganz einfach mit einem Löffel. So ungefähr bei mittlerer Hitze. Schön langsam braten, damit sie schön goldgelb werden und euch nicht verbrennen. Mette auch ein bisschen. Dann vorsichtig umdrehen. Ein kleines bisschen Butter noch dazu. So geht dann eigentlich ganz fix. So sehen die dann aus. Und für die Banane brauchen wir logischerweise eine Banane. Butter. Zucker. Und das ist optional. Ich habe hier ein bisschen Likör 43 genommen. Geht natürlich auch ohne. Oder man ersetzt es zum Beispiel durch einen Orangensaft. So, wieder ein bisschen Butter in die Pfanne. Jetzt den Zucker dazu geben. Jetzt lassen wir den Zucker karamellisieren. Das muss heißen, aber auch nicht zu heiß, sonst verbrennt euch wieder die Butter. Das dauert immer ein bisschen. Und dann geht es irgendwann ganz schnell. Dann wird der Zucker langsam goldgelb. Und dann müsst ihr aufpassen, dass er euch nicht verbrennt. So, jetzt kommen wir rübeneinander dazu. Mit anderen Früchten auch machen. Zum Beispiel Apfelkompott. Das ist im Prinzip das gleiche. Zucker karamellisieren. Früchte dazu. Ein bisschen kochen. Fertig. So, das Ganze schwenken wir hier so ein bisschen durch, dass sich der Zucker schön löst. Und jetzt kommt ein bisschen was Schönes. Das macht immer ein bisschen Spaß. Besonders den Männern. Jetzt flambieren wir das Ganze. Vorsichtig, zu Hause. Macht es nicht direkt unter den Dunstabzug sauber, weil sonst zieht das Feuer da rein. Geht auch ganz fix. Schöne Spielerei. Kann man machen, muss man aber natürlich nicht machen zu Hause. So, jetzt sind die Bananen auch schon fertig. Und wir können alles anrichten. Bisschen Puderzucker drüber. So, dann mache ich die Bananen oben drauf. Und ihr könnt natürlich auch noch zum Beispiel einen Ahornsirup drüber machen. Worauf ihr Lust habt. Ich habe noch ein paar Blaubeeren mit dazu gemacht. Also da kann man sich wirklich austoben. So, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.